Hey, heute gibt es mal wieder eine weitere Folge von 5 Dingen in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Aktuell kommen die ja jeden Sonntag und ich schaff's sogar einigermaßen, das auch mal einzuhalten. Ja, ich hab wieder 5 Dinge rausgesucht unter den Sachen des letzten Males. Ich habe auch eine eigene Sache noch zufällig entdeckt, die werde ich euch gleich mit zeigen. Und hier kommen wieder die üblichen Sätze von weg, wie immer, denn dieses Format lebt ein bisschen von euren Einsendungen. Also, falls ihr guter Dinge wisst, die nicht zwangsläufig jeder weiß, dann schreibt sie in Form eines Kommentars unter dieses Video. Dinge, die gut sind und auch Dinge, die von vielen Leuten nach oben bewertet werden, werde ich rauspicken und in der nächsten Folge mit dran nehmen. Falls ihr Sachen seht, die gut sind, gebt dem Daumen nach oben, weil dann werden die nach oben geschoben und ich seh das das nächste Mal und hab's einfacher beim Raussuchen. Gut, außerdem zur Serie gibt's ein Buch, nämlich 200 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest, habe ich selbst geschrieben und gibt es online verfügbar zum Kaufen oder auch in jeder Bücherei. Nein, Buchladen, Buchladen. Einfach hingehen, hallo, ich hätte gern 200 Dinge. Und dann tippen die das ein und dann finden die das und dann besorgen die das. Okay, und jetzt geht's los mit der ersten Sache für heute. Die erste Sache heute ist von mir. Habe ich per Zufall rausgefunden, Lamas kotzen die ganze Zeit. Nee, das ist nicht mein, das was ich sagen wollte. Habe ich die Sound so laut? Nee, ich hab die noch so laut, deswegen. Ich meine, die ganze Zeit, folgendes. Ähm, Lamas. Es geht um Lamas, deswegen bin ich grad hier. Ich habe etwas Interessantes rausgefunden. Ihr seht, hier laufen grad alle mit Kisten rum. Wenn man sich in einen Lama reinsetzt und dem auch eine Kiste gibt, kann man ja Sachen transportieren. Und man sieht jetzt hier gibt es drei freie Slots, wo man Items sozusagen reinlegen kann. Ja. Ich hab jetzt keine Teppiche drauf gesetzt, weil ich muss hier nicht reiten können. Es geht nur um zu zeigen, wegen dem Inventar. Hier sind ebenfalls drei freie Slots und hier sind ebenfalls drei freie Slots. Ich möchte meinen, die haben nur drei freie Slots. Aber es geht auch anders. Hier hinten habe ich beispielsweise ein Lama, das hat neun freie Slots. Also genauer gesagt, die Kapazität von Kisten, die Lamas mit sich rumtragen können, ist abhängig vom Tier selbst. Ebenso wie es bei Pferden beispielsweise auch der Fall ist. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Pferde haben unterschiedliche Leben. Ebenfalls. Je nach Art. Man kann die auch züchten und immer stärkere Pferde machen, bis man die maximale Anzahl erreicht hat. Und ja, bei Lamas gibt es diese Eigenschaft auch. Lamas gibt es diese Eigenschaft auch. Kisten oder unterschiedliche Lamas haben unterschiedliche Kistenkapazitäten. Schätzt man, das kann man auch noch hochzüchten. Ich will sie ja nicht ausprobiert, aber interessant. Ich hätte gedacht, dass die alle gleich hoch sind. Und nein, sind sie nicht. Sie sind alle unterschiedlich groß. Sehr gut. Bei Eseln ist es ja anders. Kiste rein, Kisten im Metall, fertig. Gibt es keine unterschiedlichen Größen. Finde ich jedenfalls cool, dass so kleine Unterschiede eingebaut sind. Man kommt da nicht drauf, weil ich habe noch nie so ein Lama als eine laufende Kiste misbraucht. Von daher, nie ausgetestet, aber durch Zufall gesehen in meinem Lifehack-Video. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich werde es euch wieder per Info-Karte verlinken. Das war echt gut. So, und jetzt geht es weiter mit der nächsten Sache. Dann die nächste auf der Liste ist der meistbewertete Kommentar unter dem letzten Video. Und zwar mit ganzen 515 Daumen nach oben. Das ist schon mit fast rekordverdächtig. Persönlich, ich finde den jetzt nicht so speziell, aber ich höre natürlich auf euch, wenn ihr etwas bestimmt. Und da das mit Abstand wieder rekordverdächtig war, werde ich es so ebenfalls zeigen. Von Anton Vogelsang. Er schreibt, man kann im Spectator-Morten-Schalker-Boxen fliegen und sieht trotzdem die Blog-Seiten von innen. Wenn man in normale Blöcke hineinfliegt, sieht man alles ganz normal. Also nicht den Blog, in dem man ist. Ich hoffe, man kann es verstehen. Getestet 1, 12, 2. Ja, ich würde das Ganze etwas mit einer weiteren Sache kombinieren, die ich ebenfalls per Zufall herausgefunden habe. Kommen wir gleich dazu. Zunächst mal was damit gemeint. Man kann in normale Schalker-Boxen nicht reinklicken im Spectator-Mode, weil es ja keine Entity ist. Allerdings kann man normal reinfliegen. Also kleines Beispiel. Ich kann Amboss reinfliegen, dann wird er hier unsichtbar. Und ich kann gucken, ich kann normalen Blog reinfliegen, dann wird er auch unsichtbar. Ich sehe diesen Blog von innen nicht. Ich kann Command-Blog reinfliegen und diese Command-Blog ist ebenfalls unsichtbar. Besonders bei der Schalker-Box fliege ich hier so rein. Ich glaube, das war gemeint. Ist sie einmal komplett solide als Rahmen. Ich konnte kleine Geschichten ähnlich feststellen. Beispielsweise bei Kisten. Ich habe es noch angefangen, habe ich testet. Hier gibt es auch immer so eine Fläche, die ist da noch drin. Also das ist praktisch das, was man sieht, wenn man die Kiste öffnet. Und da Schalker-Boxen als ganzes Gerät hier sich so öffnen und drehen, und man von außen auch reingucken kann, ist es wahrscheinlich so gemacht, dass man halt von innen als Ausnahme nicht rausgucken kann. Jetzt aber der besondere Twist dabei, wo ich mir gedacht habe, dass es vielleicht mit verknüpfen kann, bin ich auch durch Zufall draufgekommen in einer Snapshot-Vorstellung. Und zwar, wenn man Schalker spawnt als Monster und diese im Spectator-Mode spectatet, dann kann man rausgucken, egal ob der Schalker geschlossen oder offen hat. Also wenn der Schalker seine Büchse schließt, kann man trotzdem rausziehen. Das ist schon etwas seltsam, hätte ich gedacht. Ja, aber die Schalker-Kiste geht nicht. Aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eine Entity, das andere ist halt ein Block sozusagen, die man von außen reingucken kann. Also ich hoffe, wir können damit was anfangen. Ich habe es mit reingenommen, weil es, wie gesagt, so gut bewertet war. Weiter geht's. Dann die nächste auf der Liste von Velation. Velation. Fakt, wenn du einen Amboss vor einen Knopf setzt, dann verschwindet der Knopf einfach komplett. Drop nichts. Nichts. Also verschwindet einfach ins Nada. Das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gezeigt. Ich bin in letzter Zeit schon mal belegen, Sachen nicht auszuschließen, wenn ich sie mal vor zweieinhalb Jahren oder ähnlichem gezeigt habe. Die Serie gibt es schon sehr, sehr lang und ich kann nicht von euch verlangen, dass ihr alle Folgen gesehen habt und euch entsprechend gut auch auskennt. Deswegen, wenn es wirklich alte Sachen sind, ruhig mal ein Auge zu. Und werdet ihr auch ein zweites Mal mit dran nehmen und zeigen. Aber vielleicht nicht mehr als ein oder zwei pro Folge. Weil es gibt noch viele Leute, die schauen das schon länger. Und dann ist es halt schade, wenn man das mit reinmacht. Aber an dieser Stelle, okay, auch sehr, sehr gut bewertet. Mit 282 Daumen nach oben. Das ist auch recht viel im Vergleich zu sonst. So, ich zeige mir ganz so ein bisschen eine Reihe von Buttons mache. Und dann einen Command-Block dran setze. Warte, der muss schon drauf fallen. Zack. No. Da. Zack. Dann landet der hier unten an dem Fleck am letzten Button und hat den komplett zerstört. Der Button ist auch weg. Er ist nicht rausgeploppt oder so. Also ich kann ja auch gerne nochmal zumachen. Er ist einfach komplett solide verschwunden. So ist die, okay, so die. Egal. Da, wo der Amboss vorbeifällt, passiert nichts. Und dasselbe passiert auch beispielsweise bei Repeatern. Das ist noch eine 1, 12, 2. Also neueste Version aktuell, was die veröffentlicht ist. Zack. Wieder falsch. Da. Flipp. Der Repeater verschwindet einfach als nichts. Die Items werden gelöscht. Sie werden nicht abgeschlagen, wie man es sonst kennt, von einem Items, was rausploppt, sondern sie werden tatsächlich einfach gelöscht verschwinden. Das würde ich als Bug zählen, denn das sollte, glaube ich, nicht so sein. Weiter geht's. Dann die nächste auf der Liste ist von gold-jpeg. Ich habe hier zwei Fakten. Endgateways verschwinden in dem Nebel von Minecraft nicht. Stelle am besten Sichtweite sehr gering ein und fliege nach oben über eine Fläche von Gateways. Jo, zeige ich gleich. Die zweite Sache, die da steht, bitte ignorieren. Das stimmt nicht. Ich muss ja mal alles testen. Dieses Jahr Endport-Halblöcke kann man normalerweise nicht von unten sehen, aber geht ein Piekenstrahl durch sie durch, sind sie von unten sichtbar. Getestet in 1.12.2. Ich bin gerade hier in der 1.12.2. Hier sind Videos getestet. Hier sind Endportal-Blöcke. Und wenn ich mal von unten durchgucke, mit Wiegenstrahl, dann sieht man auch nichts. Dann sind die genauso durchsichtig wie auch sonst. Nur die, was du da getestet hast, und Endportal-Frames sind sowieso immer nicht durchsichtig von unten. So, und jetzt zeige ich mal kurz, was mit den Gateways gemeint ist, weil das war nicht interessant. Ich habe sonst so mal den Fork aus dem Nebel ausgestellt. Ich mache den jetzt mal gerade mal an. Vielleicht sogar mal auf Fancy. Da. So, und wenn ich jetzt mal die Sichtweite ein bisschen runterstelle, Videosettings, und die Renditionen mal so auf Tiny oder so stelle, schaut mal genau auf diese Endgateways, die ich hier gesetzt habe. Fliege ich nach oben, alles verschwindet im Umkreis. Nur dieser Block nicht. Der bleibt da einfach bestehen. So im Nichts, so im Nebelchen. Dasselbe gilt auch für die normalen Endportal-Blöcke, nicht nur Endgateways, sondern alles, was diese Textur hat. Hier oben ist ja mein Eingang zum End. Auch wenn ich hier nach oben fliege, es verschwindet nicht. Doch, hier verschwindet so nichts. Okay, gut. Dann waren es doch die Gateways. Tut mir leid. Dann bin ich das letzte Mal nicht hoch genug geflogen. Aber hier, ich kann noch weiter hoch fliegen. Ich bin jetzt schon, wie hoch bin ich jetzt gerade? Hier noch 178 von der Höhe. Und ich sehe es immer noch. Ich sehe es immer noch. Immer noch. Immer noch. Und habe halt wahrscheinlich gleich die maximale Bauhöhe erreicht. Also, Endgateways sieht man, richtig weit. Flipp. Teleportiert. Und wieder zurück teleportiert. Ja. Gut, wollte ich zeigen. Fand ich cool. Weiter geht's. Dann kommen wir zu den letzten beiden Fakten. Und ja, ihr habt richtig mitgezählt. Die letzten beiden Fakten. Insgesamt sind heute dementsprechend sechs im Video drin vorgekommen. Macht aber nichts. Und zwar von Seegucke77 erschreibt, das ist halt in einem Nachricht mit drin, drei Fakten aus der 112. Die nordwestliche Ecke von zweimal zwei Baumstämmen ist bei Fichten und Tropenbäumen immer ein Block höher als der restliche Stamm. Und wenn man seitwärts mit A oder D über Soulcent läuft, dann dreht sich in der R5 an sich der Körper das Spielers nicht. Das mit dem, der letzte Endkristall an sich auf dem herumliegenden Items platzieren, fand ich jetzt nicht so interessant. Ähm, deswegen würde ich das mal ausklammern und nur die beiden hier nehmen. Was heißt Nuwas? Ja, mehr als sonst. Aber ich habe hier ein perfektes Vorführungsbeispiel. Ich habe hier zufällig mal so einen Baum gebaut, bereits vorher. Dieser ist zweimal zwei. Und das habe ich nicht mehr Hand gemacht. Das ist wirklich so basiert. Ich habe nichts geändert. Ich brauche gar keine neuen Sätzen. Hier oben in der linken Ecke ist ein Block, der höher ist als der Rest vom Stamm. Und das ist, wenn man Richtung guckt, da ist die Richtung North, also Norden und Westen. So wie ihr gesagt habt. Und dann gehe ich mal rüber. Bei diesem Baum ist es genau dasselbe. Und dann gucken wir bei dem hier hinten ebenfalls nochmal. Auch hier ist es dasselbe. Nordwesten gibt es einen Block mehr. Und jetzt die Preisfrage. Das hier ist ein hoher Jungle Tree, den ich irgendwann gemacht habe. Kann man da mal ein bisschen reingucken. Sieht man das? Und auch hier sieht man es ebenfalls. Schaut mal. Auch hier haben wir in der nordwestlichen Ecke einen Block höher als woanders. Gut, ob das hier oben bei denen auch funktioniert, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube nicht, weil die Dark Oak Trees sowieso ein bisschen anders aufgebaut sind. Die sind halt nicht in diesem 2x2 dicken Stamm drin. Aber funktioniert tatsächlich. Das ist immer so. Bei jedem Baum, den ihr setzt. Cool zu wissen. Also es ist so ein Fakt, den man nicht zwangsläufig wusste. Denke ich. Leck. So, und die zweite Sache mit dem Soul Stand. Das ist auch ein bisschen interessant. Schaut mal. Wenn ich jetzt hier so laufe nach rechts und links, dann drehen sich die Schultern mit. Lauf ich nach links, dreht sich die Schultern nach links, laufe nach rechts, dreht sich die Schultern nach rechts. Und du hast hier einen Schulterdance. Wenn ich das auf Soul Stand mache, gut, da funktioniert es erstmal auch. Aber im Sneaken, guck mal, passiert das nicht. Und hier unten passiert es auch im Sneaken. Schulter drehen sich im Sneaken. Schulter dreht sich im Sneaken. Schulter dreht sich hier oben im Sneaken. Nicht, ich laufe senkrecht rüber. Das ist ja hier der Minecraft Moonwalk. Oh, das ist echt irgendwie satisfying. So ein bisschen, muss ich ja sagen. Das ist echt satisfying. Kommen wir wieder ans nächste Satisfying-Video mit reinmachen. Obwohl, das kam bei euch nicht so gut an. Irgendwie hat es euch nicht so gefallen. Ich habe geschrieben, ja, war echt gut, aber ich brauche kein zweites. Nicht so, hä, was macht das für einen Sinn? Wenn es gut wird, dann ist es auch gut, wenn ich noch ein zweites mache. So, aber hey, das sieht echt hier ein bisschen angenehm aus. Okay. Ja, damit sind wir durch. Weil irgendwie wird sich am Schluss das mit dem Soul-Send. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr gut denn gewusst, den ich zwangst, wie jeder weiß, schreibt es mir vorhin in den Kommentaren oder das Video. Bewertet den Gnade-Sieben und einen Daumen nach oben. Deshalb lasse ich mir das heraussuchen bei dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.